Worte meines Mentors, der mir gesagt hat, Boshi, du bist perfekt, du warst gestern perfekt, du bist heute perfekt und du bist morgen perfekt. Und ich dachte mir, Alter, was ist mit dir? Ich verstehe gar nicht, was du meinst, wie kann das sein, dass ich gestern perfekt war und heute perfekt bin und morgen perfekt bin? Dann bin ich eh perfekt und brauche nichts mehr tun. Und dann hat er gesagt, nein, es ist gleich wie ein Baum. Warum? Wenn du den Zamen in den Boden setzt, dann ist er zu der Zeit, so wie es ist, perfekt. Und wenn die erste Pflanze nach einem Jahr rauskommt, dann ist die Pflanze an sich perfekt. Und wenn der Baum dann nach Jahren wächst, dann ist er perfekt. Und wenn er dann Früchte trägt, ist er auch perfekt. Das heißt, du bist in jedem Stadium, so wie du bist, perfekt. Bedeutet aber nicht, dass du dich nicht weiterentwickeln sollst, dass du nicht schauen sollst, dass du besser wirst. Aber du sollst dich annehmen, so wie du bist, denn du bist perfekt. Und das wollte ich dir heute mitnehmen. Denk an dieses Bild mit dem Samen, mit der Pflanze, mit dem Baum, mit den Früchten. Du bist zu jeder Zeit perfekt. Wichtig ist immer, dir die Erlaubnis zu geben, dass du wächst. Und parallel dazu zu wissen, du bist einzigartig wunderbar und perfekt. Das wortet ich dir heute einfach uns ans Herz geben heute.